Links von dir! Na, jetzt hat er mir erwischt die Decks ab! Mit der Armwurst! Pass auf dich, ich bleibe dir noch nicht! Nein! Wo ist die Tür? Nein! Wo ist die Tür? Ich glaube, es wäre nicht doppelläufiger! Ach du Scheiße! Gucken wir gleich geradeaus, oder? Ich sehe nichts. Können wir machen! Was ist die Tür? Scheiße! Nur ein Schuss in der Schrotflinde! Wollt ihr Waffe genommen? Ja, ich dachte, das wäre eine doppelläufiger! Was ist die Tür? Oh, Schuss! Scheiße! 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 Jen! Scheiße! Scheiße! Ich glaube, der Rapport ist nicht second. so für jeden was dabei ist doch wir haben die übersehen was hat vorher werden ich sterbe gleich irgendwo war doch hier eine scheiße ich hasse das danke so jetzt bin ich völlig aus dem konzept gekommen da drüben da ist die nächste da rollt sie runter wie so ein nasser sack ich schieße einen in den schädel du musst sich um den anderen kümmern das sind hier mann alter was ist denn heute los hier ich habe nur noch zwei balken alter zwei gesundheitsbalken also zwei lebensbalken und nur einer davon ist voll da drüben ist das nächste ich muss mal in die hütte dort gucken ob da ein gesundheitspack rumlungert das machst du richtig so weiß ich sehr zu schätzen pass auf jetzt um die leiter vier dort nichts also ich brauche noch einen schuss dann von euch ein hunter und dann leg ich in den dreck so hier der feuer der hauptmann du hast ihn über dem zaun schon niedergestreckt ja schau mal da rein da geht es noch drin oh da hinten ist es nein das gebäude hier kommt man gar nicht rein so der nächste köter ist irgendwie hinter dir her oder wo bist du wo ach da ja älteres familie nein die bitch das kann doch wohl nicht wahr sein die wollen mich verarschen ja ich habe extra angerufen und gesagt dass sie das machen sollen das werde ich dir zuerst zutrauen können da ne auch nichts auch eine lampe ich nehme eine lampe oh wir sind voll mit hier gehst du da hin ja da springen wir hin sehr schön oh da medipack du dickes ding ah der ist wieder oben der braucht die flinter haben sie gesagt na warte gehe ich als erstes hier können wir im kreis rennen ich brenne als wäre ich ja nicht schon halb tot oh jetzt renne ich mal raus ob er hinterher kommt ne da guckt er bloß durch bin ich nie gelandet was von einer Dreckskammer der hat die Hütte angefackelt hier oh Munition nein wo ist die Tür nein wo ist die Tür so du Specksack hier kommt er nicht raus hier kommt er nicht raus die fette Milper treff ich den nicht oder was doch er kommt oder er schmeißt jedenfalls sein Feuer in die Hütte hier kommt er nicht raus Vorsicht hier kommt er auf 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 jetzt ist eine Munila ja warte ich habe noch zwei Schuss zwei Schuss hier oben rennt hier mit offenem Feuer durch die ganze Hütte so da brauchen noch ein paar Kugeln das war's so schnell nachladen ok so jetzt zerspinnen sagst du ja oder willst du erst mal die erste Ziel feiern mir ist es egal wie du willst als Spinne wäre schon ein Stück zu laufen ja aber es ist generell weit zu laufen drum eben komm da machen wir die Spendel oh da sind sie auch denken wir uns hast sie gesehen ah treffer hast du ihn geschossen ja ok cool da drin sind sie in einem Häusel bei der das ist die eine ist oben Pass auf, die ist gleich bei dir nicht. Echt? Was? Wo war der? Hä, wo war denn der? Keine Ahnung. Partner zuschauen, geht nicht mehr. Du bist wohl tot. Partner zuschauen, geht nicht. Wir sind schlecht heute. Mal warm spielen. sobre das Recht aus sich dann über der Herz Empathie.